Marvin Seidel aus dem Saarland gehört zu den besten deutschen Badminton-Spielern. Er ist 25 Jahre alt, tritt im Herren-Doppel- und im Mixt an. An olympischen Spielen hat er bis jetzt noch nicht teilgenommen, daher ist seine Sehnsucht groß. Mein Fernweh nach Tokio ist natürlich immens. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten und ich werde alles geben, bis es dann tatsächlich soweit ist, dass Tokio stattfindet. Der Zeitpunkt ist ihm nicht ganz so wichtig, da er natürlich auch genau weiß, dass zunächst die ganze Welt die Pandemie in den Griff bekommen muss. Erst dann kann eine Austragung der Spiele garantiert werden. Olympia soll doch für jeden Teilnehmer etwas Unvergessliches bleiben. Ich hoffe einfach, dass es genauso einmalig wird, wie alle anderen Sportler immer erzählen. Am meisten freue ich mich auf dieses Gefühl, dieses Zusammensein von Top-Sportlern. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie das wird. Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, da auf einmal mit allen Top-Athleten der Welt vereint zu sein. Und ja, es wird einfach ein immenses Spektakel und ich hoffe, es wird dann auch tatsächlich stattfinden.